Na, wir gucken jetzt, wenn er nur ein Stück anreißen darf, dann nimmt er unsere Meinung auf. Ja, wenn er zwei auf allein kriegt, dann kann er theoretisch, oder wenn er mehr Handkrieg mitnehmen darf. Das sieht dann gar nicht aus. Aber das nimmst du so und picknickst, dass man quasi so neuner Handkrieg verbraucht. Ja. Die Dänen können irgendwie kürzer. Die Dänen können irgendwie kürzer oder wie? Nein, auch so, da hinten ist das auch noch nicht. Also, ich möchte noch ausführen, gefällt mir nicht. Vielen Dank.